Moin Leute was geht ab hier zum neuen Video auf diesem Kanal? Das ist ein kurzes Video und zwar schreibt mal Videoideen in die Kommentare was ich spielen soll und generell auf was ich mal reagieren soll und zwar hat im letzten Video YouTube mal eine Kommentare gesperrt und ich glaube das ist auch so gewollt vielleicht ist dieses Video was wir uns angeschaut haben all das beschränkt darum dürfen wir das glaube ich nicht irgendwie gelten lassen ich glaube es muss es auch wieder runternehmen von Dings und wird vielleicht mein Account gesperrt aber ich lasse es erstmal noch da und ich hoffe dass YouTube nicht meine kompletten Kommentare deaktiviert jetzt aber ich glaube nicht das war nur das eine Video wenn ja dann ist es halt so das ist halt dann scheiße aber wenn nicht dann ist es halt noch gut da haben wir Glück gehabt ich mache diese Videos jetzt nicht mehr weil sonst wirklich meine Kommentare immer deaktiviert werden wie bei Marky daumen lassen wir das jetzt und ja bis zum nächsten mal Leute haut rein es kommt noch dieses Video genau dieses G kommt noch online das ist nur ein Ausschnitt was ich hier gerade zeige wir müssen mal kurz stoppen weil uns ist zu viel voran so und ja schreibt trotzdem mal dem noch in die Kommentare auf was wir reagieren sollen und was wir mal spielen sollen Spiele oder so das wäre mal nice und ja haut rein Leute lasst noch trotzdem mal daumen nach oben da und ja ciao bis zum nächsten mal